Herzlich Willkommen, wie geht es euch? Geht sehr gut, vielen Dank. Was geht bezüglich Gruppen, was bietet eure Destination da speziell an? Wir legen den Fokus auf Meeting und Incentive Gruppen und gerade jetzt nach dieser Zeit in den Home Offices können die Teams wieder gemeinsame Erlebnisse brauchen. Denn wer gemeinsam offline geht, der teilt unvergessliche Erlebnisse und wertvolle Erfahrungen zusammen. Wie darf man sich denn Yoga mit Ziege vorstellen? Das ist was ganz Spezielles, kann ich also nur empfehlen. Sag mal grundsätzlich zur Meeting-Infrastruktur. Was ich ganz gerne jetzt noch zeigen möchte, ist der Office-Karawan, da sieht man schon die Bilder, das sind Illustrationen. Das ist so neu, dass es noch gar kein Fotoshooting gab, das ist nämlich erst seit gestern auf dem Markt. Liebe Karin, daran sieht man, wie brandaktuell wir hier ausstrahlen. Gestern auf dem Markt, heute schon live bei uns hier auf MySportsStreamTV. Hallo liebe Sibylle. Ja, hallo lieber Peter und herzlich willkommen im Herzen von Pontresina im höchstgelegenen Kongresszentrum ganz Europa. Aber bei der Metazahl fragte ich mich jetzt und sicherlich viele Veranstaltungsplaner auch, um Himmels Willen, wie bekomme ich die Technik auf dem Berg? Bei uns sind alle Säle mit fix installierter Technik ausgestattet. Beamer und Leinwand, sowie Media- und Audioanlage ist überall fix installiert. Ich weiss von ganz vielen Fotos, wir haben es auch gerade gesehen, ihr habt so einen fantastischen Hotelpark. Die Grünanlage nennt sich tatsächlich den Hotelpark vom Hotel Sarats mit 35.000 Quadratmeter. Sie sehen, das Kongresszentrum zusammen mit dem Hotel Sarats bietet alles an seiner Hand und wir unterstützen unsere Kunden von der Planung von A bis Z. Grüße aus Hamburg, runter in die Schweiz an euch beide. Vielen Dank lieber Peter, vielen Dank liebe MyS-Community. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir euch bald begrüssen dürfen bei uns und wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Auch von mir noch, danke vielmals, dass ihr heute dabei gewesen seid und wir freuen uns riesig an euch Anfragen und wir stehen jederzeit zu eurer Verfügung. Danke vielmals. Tschüss.